Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ARK Aberration und ich habe hier wieder die Fusse dabei als Kärchen. It's me! Ja, ich bin ein Bunny. Und wir haben einen Plan und das ist wieder mit Jones und Dizzy ein bisschen da in die Schlucht da hinten reingehen und Megalosaurus und Shinehorn suchen. Das wäre so das Idealste, wenn wir die finden. Ich glaube wir gehen mit den Hunden rein, ich glaube die anderen beiden gehen mit der Krabbe rein oder so. Meine ich zumindest gesehen zu haben, dass die da kommen. Und ich will mich noch mal ganz herzlich bedanken für die ganzen Likes, für die ganzen Kommentare unter dem letzten Video. Vielen, oh Gott, ich wollte gerade zeigen, dass ihr auf den Like-Button auft müsst und nicht auf die Fusse, ey. Also, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr weiter auf den Like-Button rumhaust und bis her. Das würde mich sehr freuen und Fusse auch und Fusse ist da so jetzt auch. Ich wollte gerade sagen, wenn ihr also mehr Liked wisst, dann spielen wir irgendwann noch Hau die Fusse für jeden Daumen hoch. Ja, ich möchte das. Ja, weiter so, auf jeden Fall weiter so. Ob alle Bälle. Vielen Dank Leute und ich würde sagen, wir treffen uns jetzt gleich mit Dizzy und Joseph, also wir wären da. So, damit sind wir am Ort des Geschehens. Wir laufen jetzt hier runter in die Darkness und versuchen halt, ja, die Megalosaurus an den Start zu bringen. Was ist das hier? Ah, das ist ein Dung-Beatle. Und die Ziegen. What the fuck. Ja, Scheinhorn heißen die. Ey, hier sind auch Schnecken. Hier, was ist das, was machen wir das hier nicht, Matschi? Äh, blaue, blaue Gems. Ja, die können wir am Ende noch mitnehmen. Hab ich auch schon gesehen. Das müssen wir nicht vergessen, ne? Ne, ne, machen wir. Ich hab auch schon vorhin ordentlich welche geholt. Ah, okay, gut. Manu hat mir vorhin gezeigt, wo die sind. Oh mein Gott, das ist so, jetzt, das ist so schön, das ist so mega, ist das da vorne, ist doch ein Megalosaurus. Ach ne, das ist einer, das ist einer. Oh nice. Level 12, oh, richtig gut. Oh, den nehmen wir auf jeden Fall nicht mit. Den nehmen wir auf jeden Fall, ich brauche Hilfe, Alter, ich brauche richtig Hilfe. So verhauen die mich, ey. Oh nein, du hast abgeworfen. Hilf mir, hilf dir. Ich bin schon weg, ich bin schon weg, ich bin schon weg, ich laufe. Team Josie. Team Josie. Regelt. Ich werde auch, okay. Wir haben, wir haben wieder gecarriet, Team Josie carried. Ey, wenn wir nicht wären, Alter. Wo, 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 wo. Hier ist dein Hund, neben mir, neben mir, neben mir. Alles easy. Alter, Mann, ey. Das bringt ja schon mal gut anfangen. Ihr wart doch so alle am Schnischen und schnacken und ich dachte nur so, nee, was möchte ich jetzt nicht noch länger sehen? Na, das muss rein. Ah, jetzt hat, jetzt hat weiter, das war halt nicht so der beste Plan. Hab ich dann auch reingekommen angefallen. Hab ich es gemerkt. Oh mein Gott, hier sind wir schon wieder irgendwie so weit drin, gefühlt. gefühlt ja so hübsch auf alle Fälle was ich sagen wollte weg mit dir Titanboar, weg mit dir verpiss dich aus meinem Gebiet die alten Titanboar wäre einfach gleich gegangen noch ein level 12, geil den nehmen wir auf jeden Fall nicht mit den nehmen wir auch auf jeden Fall nicht mit ich fahre ich hier aus, okay, ich fahre doch nicht aus oh nein, da sind so ne komischen ja das sind die, no nameless, ich komm nie drauf nameless, no names ja, ich bin am bluten ich bin am bluten oder was okay, okay weg mit ihm, weg mit ihm dankeschön ich vermisse die heal potions, muss ich ja ganz ehrlich zugeben ja, ich auch ein bisschen 1 nice Erfindung auf alle Fälle ich will so gerne Megalosaurus haben der ist Ako auf dich oh, warum nicht schon wieder auf mich ich, ich, der hat meinen Hund der hat meinen Hund warum brennt ihr vor, alter oh mein Gott, ich werde nicht gewinnen Mama, Hilfe okay, ist tot, ist tot hier ist noch was, hier ist ein Ravage was ist da? du hast mich in den Krallen, okay alles cool okay, alles easy Hauptsache eure Hunde sind fast tot nein half life easy okay ich bin jetzt gar nicht so kritisch und so wollt ihr Megalosaurus tamen ja natürlich wir leben halt am Limit weißt du, das macht unser Leben spannend Infuma ist echt Leben am Limit hier ja, ist doch gut so oh, da unten sind 1,2 Karkis jetzt fängt es auch noch so an oh, hier sind schon wieder Nameless Hilfe Rettung, Rettung ah, du bist runter gesprungen dann komm ich zu dir ja, der unten spielt auch gerade ich bin hier einfach mittendrin, okay ihr, ihr, ihr beschützt mich okay, ich setze mich auch einfach runter ich setze mich einfach mitten rein also, so macht sowas, ihr zu sein auch nicht wahr da ist echt ein Frosch ein Frosch will ich auch noch haben oh ja, welches Level, welches Level welches Level ist der? ey, das bin ich hallo hallo er schleppt sie erstmal weg Level 100 den muss ich halt eigentlich echt haben oh, guck mal, wie viele Krabben da sind ja, das ist echt so, die mögen uns nicht oh, die kommen alle, ne okay, einmal auf kommt doch, kommt doch noch eine 36er ey, ich weiß nicht, was die level die hat ihr habt jetzt schon mal einen Frosch habt ihr schon mal weg gemacht oder das war nicht nur 100 Tage, oder? ne, wir haben keinen Frosch doch, ihr habt gerade einen Frosch habt ihr gekillt das ist nicht schlimm aber okay, die fahr weg da rechts ist ein Megalosaurus was heißt da rechts? ne, das ist ein Dings ne, das ist ein Dings das ist ein Bionics, ja oh, hier ist eine Explorer Note die hab ich doch nicht mhm, hier liegt ein Eichchen wollen wir heute Abend oh, Sarko aber Sarko, wir sind hier alle auf einem Fleck, ey gib uns pick den Explorer Note nicht doch jetzt warte ja, ja, ja ich warte Entschuldigung, ich verwechsel die zwei das Ding ist Tameless komm wir hier überhaupt durch ohne irgendwie geschockt zu werden oh ne, sagt nicht hier sind alle drin oh nein ich bin schon drüben warum hast du Ankylo mich jetzt, hä? ja, wartet nicht ich bin hier noch geht einfach, und wenn ihr dann sterbt, dann ey, jetzt sei doch nicht so Wolltet ihr den Frosch jetzt nicht? ich würd den schon ganz gerne nehmen, tatsächlich ich weiß nicht wie ich den hier rausbekommen soll ach stimmt ja, wenn man die tame, kann ich dir greifen und mitnehme ey, was ist das, ist das ein Dings? ja, das ist ein Dings ja, das ist ein Dings, Bums ja, lass den zähm und du wirfst den einfach nach oben oder so ja du hast gerade drauf gehauen kann ich die Angler aus dem Wasser greifen? nein man, das war ein Sonomon ok oh nice uh, was ist das für eine Froschlieferung hier mhm, ein gratis Frosch soll ich mit drauf schießen? kannst du gerne machen ich denk mal, der braucht ich glaub, der braucht nicht so ganz viel nur Fleisch oh, oh, so ein kleines süßes Ding oh, ich bin auch süß oh, ich hab dich getroffen ups ja, ich glaube auch ja, ich glaub nicht, nur ich weiß nicht sehen die schon so ein bisschen blau oder Sternchen vor den Augen? oh, ich glaub, ich hab nochmal drauf geschossen danach und Jones prügelt sich damit nameless tu es, Jones tu es ich hab Prime Meat du hast Prime Meat? sehr gut ja ich würd dir fast so liegen lassen, ehrlich gesagt ah, echt? wir? ja, wir können hier nicht die ganze Zeit warten wir müssen weiter stimmt kann ich die nicht an conscious greifen und irgendwo hinschmeißen? probier mal, kannst du ihn greifen? probier mal, kannst du ihn greifen? nö nö äh, mich kannst du greifen, ja er sagt doch komm, ich fand ihn nicht er sagt doch lass, lass du einfach liegen den hier ist ein, hier ist ein Scheinhorn, oder? wirklich? echt jetzt? ja, hier unter mir das schwimmt hier durch den, durch den Fluss oh, das schwimmt da echt durch den Fluss oh, er hat's gekrattet nice oh, der hat schon einmal gegessen und ist halb fertig was geht, man hier ist es oh, wo ist es, wo ist es, wo ist es, wo ist es, wo ist es nice, nice, nice es ist so süß es ist so süß vielleicht passt das sogar halbwegs oh mein Gott, unsere ersten beiden Tapes es ist ein Weibchen es ist ein Weibchen es ist ein Weibchen oh, wir können die Paaren, oder was? wir haben ein Männchen zuhause ohhhh oh, dann könnt ihr das Baby haben ja, dann könnt ihr das Baby haben ja, dann könnt ihr das Baby haben hä, ich hab was auf der Schulter? ja, ich hab einen Bulbdog auf der Schulter ich wusste alles gar nicht verdammt, äh, kann dir jemand auf die Schulter nehmen? irgendjemand was frei? ich hab einen Bulbdog dabei ja, ich hab den Otter bei ja, ich hab den Otter bei ja, der Otter ist dabei ja, warte, ich kann den in die Kralle nehmen, aber dann ist auch eigentlich blöd ja, das ist echt blöd der ist hier vorne ich will nicht, dass du andere Sachen verprügelt mit meinem Ding in der Hand der Frosch ist auch fertig der ist auch fertig oh, der ist echt frosch fertig oh, wie gut, Alter, zwei richtig nice Trames hundertprozent oh, au, au ey, lass mal wo hast du den hier geworfen? wo hast du den hier geworfen? wo hast du den hier geworfen? ich schmeiß den Hund erstmal weg, Alter ich dachte ey, was ist denn mit dir, Mann? wir machen komische Sachen mit unseren Zielen ja, ich glaub auch, ich trau den nicht was ist denn los? ja, passiert nicht, Scheinhorn hält einiges aus okay, ey, das hab ich heute schon ich schmeiß den jetzt ganz da hoch werfen, Scheinhorn hält einiges aus ich schmeiß den jetzt einfach da die Klippe hoch, ne? ja, würd ich auch sagen oh, oh, nameless verfrügelt ihn nicht mit meinem Scheinhorn ja, ich hab den, ich hab den Frosch ich hab den, ich hab den Frosch du hast, ja, ach so ja, wir haben im Scheinhorn drauf ja, was soll ich denn machen? ja, ich weiß es nicht nur die eigene Krambe benutzen komm her, Frosch das wird tatsächlich Sinn machen komm her, Frosch oh nein, was machst du? nicht kämpfen oh, ich mach den passiv er ist passiv, er ist passiv, er ist passiv hey, ich werfe ihn jetzt da hoch versuch's zumindest da hoch? okay ja oh, Leute oh, das hat geklappt ja, ich hau schon, ich hau schon drauf die ganze Zeit ich werd da drin ja, ich auch, hi hey da euer Frosch ist da hinten in der Ecke da hinten in der Ecke wie mit uns, wie mit unsern Dinos umgegangen wird das ist echt so euer Frosch, der ist hier der ist hier hinten ja ganz echt ja, stark was, was, was sollen wir hier mit dem oh man ey aaaah okay, kommt ihr raus? mit alle einzelnen Lerys ey ja äh ja seid ihr echt boh, ich war sonst werft den anderen dazu in die Ecke komm, werft ihr beide in die Ecke wo denn? hier nach oben? also, kann ich kann ich hier irgendwie Dings zusammenbauen paar Tore dann holen wir die hier hinterher ab ja gut, das wird sowas immer nicht früher durch den Kopf gehen lassen oh man, wenn's dann erst soweit ist ja, das war alles ein bisschen spontan, ja eins wenig das stimmt äh, sind hier überhaupt sowas wie Bäume oder so? ja, diese blauen Bäume oh, das ist das? das sind echt Bäume, Leute ja, ja ne, die kleinen, die kleinen hier das sind so mega kleine, die bringen echt viel Holz geht okay, okay, okay oh mein Gott will mir jemand helfen? ja, sehr gerne okay sehen wir uns gleich wieder, wenn wir hier fertig sind würd ich sagen, ja ja, alles klar bis gleich bis gleich Leute, wir sind wieder da und wir haben den ersten halbwegs vernünftigen Kandidaten gefunden hier da ist er 68er 68er ist nicht gut, aber okay okay, erst für den Anfang machen sie den ersten Schuss ich tue es okay er trifft nicht er trifft nicht ich hab dich nicht getroffen oh, aber er findet uns trotzdem nein, er findet was anderes lecker oh mein Gott, Wasser schlägt der da warum treff ich nicht? oh mein Gott, das sieht von der Schnecke eine Schnecke oh, guten guten kenn dir ich hab ihn getroffen und er dreht voll durch wo ist er? unter mir, oder? unter mir, oder? ich hab keine Ahnung, wo der ist soll ich einfach tanken? wär ne gute Idee, glaub ich wenn wir ihn sehen? der ist weggepackt ne, ich wollte schon sagen, der ist weggepackt weil ich hab den auf einmal nicht mehr gesehen oh, die Chancen, dass ich Dizzy treffe, sind gleich viel höher als das Vieh treffe ja, vor allem, wenn das seine euren Kreil davor macht ich mach gar nix, ich glaub, versuch zurückzulaufen okay, okay ich glaub, die sind immer so ich glaub, die sind immer so ja, ja, wir treffen triffst du auch? ja, jetzt habt ihr mich getroffen, aua ja, wir werden dich wahrscheinlich noch öfter treffen aber du kriegst doch keine Topo, oder kriegst du Topo? ich weiß gar nicht ne, es sieht nicht so aus alles gut ah, dann kriegst du nur Schaden oh, ich treff grad gar nicht ich geh mal hier runter ich krieg das hin also, meiner Sicht ist jetzt nicht so toll aber aha oh, er ist fast down er ist fast down, also oh, wo rennt der hin? ah, wie renne ich mit dem Hund hin und her? oh mein Gott, das ist so unkontrolliert ah okay okay ja, weißt du, wie schön das er ist? warte oh, ich hätt fast vor sie getroffen alles gut alles gut, sagt sie, okay so fast ich treff nicht oh, ich bin so ein Sniper, Gott ja, down, 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 wir haben ihn, wir haben ihn, sehr gut nennt mich Sniperine, ey ich hab Primey dabei okay, dann würd ich, warte, ich glaub ich auch, oder? ja, ich auch oh, stopp, ich hab noch Kampfmusik, wieso, weshalb, warum? willst du reinlegen? ja, ich pack schon was rein okay, perfekt sehr gut dann setz ich mich mal wieder drauf und carry ein bisschen so, wir haben schon, wir haben schon die letzten beiden Tames bekommen, von daher würd ich sagen, das ist eure, oder? auf eure Fälle ja, nee, das ist egal wir gucken mal, was wir gleich noch auf dem Weg so finden aber wenn wir nicht so finden, sind wir Ehrenleute aber, aber Ehrenleute, Ehrenleute, Dankeschön ja, natürlich, so kennt man uns aber das hier wird auf jeden Fall auch dauern, also würd ich sagen, kommen wir gleich wieder? ja, würd ich sagen okay, bis gleich bis gleich Freunde, wir haben's endlich geschafft wir sind wieder zu Hause und wir haben für jeden einen Megalus-Aus gewonnen guck euch das an ja nice und Fose hat mit Absicht sogar den Low-Level genommen, weil sie sie am schönsten fand ja ja, das ist echt so ich entscheide mich öfters lieber für die Low-Level-Riegen-Sachen, solange sie hübscher sind ja, der sieht halt echt schon schnieke aus, was soll ich sagen so, was machen wir jetzt nochmal mit? Wollen wir die nochmal paaren? ja, würd ich sagen, paaren wär halt mega nice, Alter da kommen wir schon noch das hier ist übrigens ein Perfect-Tame das hier ist ein 120er gewesen ja das ist richtig, Sano und das ist, glaub ich, das beste Männchen das ist ein Weibchen, ne? der Perfect-Tame hat ein Weibchen, glaub ich Männchen ah, okay 161 Männchen ja, den nehmen wir und 79er Weibchen ist hier, ja okay, wo sperren wir die ein? sperren wir die da in unserer Tame-Giga ein, ja, oder? ja, oder? würd ich sagen, würd ich sagen okay, rein mit euch Entfernen da oh, wow oh, oh wird's gehen? ich halte die nicht hier auf okay, danke, danke oh, ich seh nix und, äh, verhalten wo machst du wandern? aktiviere wandern verhalten halten aktiviere wandern hab schon, hab schon oh, da haben wir uns beide gedrückt, glaub ich, oder? ja, ich glaub auch da haben wir wir sind einfach zu fix oh, es gibt alles oh ja, die sind schon dabei und wir wollten unsere Scheinhorns auch noch fahren und hier ist so, hier ist das ein bisschen eng ja das ist nur was kleines hier hast du die Scheinhörner hier? ja, hier hier, du standst ganz genau daneben ach so, die hast du auch schon hier nice will ich schon noch wandern? nein ich wollte darauf warten, bis ihr da seid ich wollte das nicht davor machen oh, ein Scheinhorn baby ja, weil ihr kommt ja auch noch eigentlich welche oh mein Gott, das könnte halt so süß sein oh mein Gott, ich glaub das ist das aller süßeste ja, wie klein soll das sein? ja, vor allen Dingen okay, die paaren auch relativ schnell nice sag euch, ich werd das aufessen ich werd's aufessen ich werd's aufessen nein, bitte nicht, bitte nicht bong Süßigkeit her ja, das wird so süß sein okay, die brauchen jetzt auch ein bisschen zu paaren aber ich glaube, Megalosaurus legen, glaub ich, Eier ich weiß jetzt nicht, ob das bei Aberrant auch so ist aber die müssen eigentlich ein Ei legen ja und die, denke ich, leben Geburt, oder? als ob die Eier legen also das ist ja rein also das sieht ja aus wie eine Ziege, Camille jetzt kann ich erzählen das hier nicht aus wie eine Ziege ähm, und deswegen denke ich immer schon, dass die halt das auch werfen oh, 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 wir müssen, glaub ich, wir müssen... ja, ich glaub wir müssen aber U drücken, damit die nicht weglaufen okay, äh, Leute, ich würd sagen, wir kommen dann wieder, wenn's so weit ist, oder? wenn das U vorbei ist okay, bis gleich Leute, wir sind wieder zurück und Babys sind am Start zumindest gleich, Alter, 10 Sekunden und du doch Alter, die ist ja richtig fett oh mein Gott, ey so könnte der Schwangeren sein, dass sie fett ist okay, sorry, sorry wir haben's ja geschafft Nein, die ist! Alter, was? oh Gott, sie sind ja auch... sie sind... aufeckeln, der schläf... ne doch der schläft hier ist das Baby, das Baby das Baby, das Baby oh, was, oh, was? Oh, Hobo oh da? oh da? oh neiii... du schweißen, wie ote! warte, 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 warte ich pack dir die... ich pack dir diese Maschelubs rein ich weiß nicht was der ist toll Ich weiß aber nicht, was da ist. Bären? Keine Ahnung, ich hab beides reingepackt. Oh, der wandert, der wandert, der wandert! Oh, hier geblieben! Bleib hier! Oh, guck euch das an, Freunde! Oh mein Gott, auch so ein! Junge, das Scheithorn ist so süß! Oh Gott, der folgt mir auch noch! Okay, komm her, komm her, komm her! Wir müssen die einmal zusammenstellen, okay, wir müssen einmal ein Screenshot machen, Alter. Das ist so süß! Hä, was folgt mir jetzt? Warum folgst du mir? Ich hab dich gar nicht angefiffen! Ey, jetzt hab ich gemeint, ich wär mal raus! Jetzt schon wieder, was geht? Ey, das ist kleiner als ein Stein! Das ist, ja, die Steine sind sogar größer, das ist so süß! Nehm den mal ein bisschen weg, doch! Oh mein Gott, das ist halt so niedlich! Aber kriegen wir das irgendwie... Ohhhh, ich muss auch ein Screenshot machen! Ja, 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 ich bin sofort weg! Leute, ihr müsstet das sehen, wie die sich immer auf die Screenshots-Battles, der wandert! Alle Köpfe von denen stecken immer in den Tieren und die... Oh, Alter, guck dir die mal an! Bitte, oh mein Gott, die sind halt so süß, ey! Oh mein Gott, nice, ey! Richtig, richtig nice, okay! Aber, wisst ihr, was mir grad auffällt? Das ist ein normaler Megalosaurus! Warum? Oh wow! Das ist kein Dings, das steht kein Dings vor! Dieses, ähm... Aberrant! Aberrant! Die wurden getrogen! Und die kann man... Hä? Als ob die normale gebären! Die sind nicht diese verseuchten! Aber dann... Vielleicht wären die noch verseuchten? Das ist jetzt dumm an, aber... Vielleicht wird er noch zum Aberrant! Weil wenn nicht, wär echt gemein, weil dann kann der schlafen und die können nicht schlafen! Also, das haben wir doch gleich gesagt, die können einfach nicht einschlafen! Die sind die ganze Zeit wach, also sind die echt stark! Die sind richtig stark! Eigentlich waren die Megalosaurus immer richtig schlecht, weil die halt immer nur in der Nacht einsetzbar waren! Aber jetzt sind die richtig stark, weil hier schlafen die einfach gar nicht! OP und so? Die sind richtig OP! Kann die nicht mal zwingen? Ja, ich... Warum hat sich das... Das Kleine hat sich grad gedreht! Ja, der würde ich angucken gerne! Oh! Oh! Also dieses Scheit... Oh, das ist so... Nein! Das ist so klein und so süß, Alter! Oh! Das Ding ist, ihr guckt da alle auf den und ich seh nur sowas ganz kleines! Da höf ich so... Oh, wer kann das da drüber sehen? Das ist halt kleiner als ein Stein, ne? Ja! Was? Wollen wir mit dem Megalosaurus noch ne Runde rum reiten? Ja, hat aber das Baby... Zeigen wir mal, oder? Hat das Baby genug Essen? Zumindest hier den Weg mal runter und gucken, wie viel Schaden die machen! Vor allem mit dem Mateboost, Alter! Mit dem Mateboost muss das richtig krass sein! Ja! Easy! Frau Fusil, wollen Sie auch mit? Ja, ne! Ich hab... Ich hab Angst, dass meine Baby nicht genug Essen hat! Hat das? Ja! Ich hab den grad noch mal... Der hat ganz viele Beeren drin und ich hab den noch mal Pilze reingepackt! Also... Okay, jetzt noch mal! Das sind 6 Pilze! Ah, ich wüsste es dem gut! Was? Hat er die... Hat er die gegessen? Das sind 6 Pilze noch! Okay, da hatten wir die gegessen! Wow! Ich hab jetzt noch mal welche reingepackt! Jetzt sind es 13! Okay, aber ich hab nämlich leider gar keine... Wir kommen gleich so wieder! Ja! Okay, also ich bin... Natürlich! Ich halte sehr gerne mit euch aus! Ah, das freut mich! Das freut mich! Ich will irgendwas töten! Ich will die Macht unserer Megalosaurus zeigen! Oh ja! Wenn hier denn mal irgendwas ist! Bra! Oder was? Ja! Die Stelle! Die Stelle, wo immer nichts ist! Ah, hier ist ein Stego! Da ist ein Stego! Und hier ist Doidikos! Ah, okay! Warte hier! Erstmal die Doidikos klebeln! Alter! 288! Die machen mehr als unsere Drachen! Läuft! Läuft! Unsere Drachen machen 200! Und in der Low Level! Und in der Low Level! Oh mein Gott! Boah! Rechtsblick ist hier dieses... Ey, wir haben noch nichts in Schaden gescreennt! Das muss man mal kurz dazu sagen, Alter! Oh, du hast... Guck mal! Ich hab den im Maul! Oh nein! Lass euch wir das nicht sehen! Du hast den kleinen im Maul! Boah! Ich guck weg! Nein! Das wär echt nicht mehr! Zuschauer guckt euch das nicht an! Nein, ich hab mal ausgespuckt! Ich hab mal ausgespuckt! Okay, nice! Ich wollte nur testen, wie das ist! Ehrenbar! Hauptsache... Ich bin doch kein Pulp-Dock-Killer! Ja, natürlich nicht! Das wär auch was gewesen, ey! Das wär echt nicht sexy! Das wär echt nicht cool! Ich hab' dich grad aufgefallen! Oh! Du kannst sogar den Parasaurus annehmen, oder was? Da habt ihr gesehen, was ich tragen kann! Ja, nice! Da steckt hier, meine Freunde! Sind hier doch ein paar Sachen? Ich... wisst ihr mal, wo ich langgehe? Nee, wir laufen ganz woanders lang! Nee, wir sind rechts von dir! Ich hab' nichts von dir! Ich hab' nichts damit mehr! Oh, bist du denn so? Also, ich geh' echt Schaden! Das muss so viel Schaden machen! Oh, nice! Alter, das ist halt so übertrieben! Ja! Ich will mal zu... ich will mal noch zu den Parasern hin! Oh, wo... gegen was kämpft ihr gerade? Ähm, ich bin hinter dir! Ich kämpfe gegen zwei Stegos! Gegen zwei Stegos! Achso, du bist hinter mir! Wollen wir noch so ne Krabbe snacken? Okay, okay, okay! Ob ich die auch in den Mund nehmen kann und so schütteln? Ja, bestimmt, bestimmt! Wird's schon cool finden, um ehrlich zu sein! Alter, wenn wir damit mal Drachen killen gehen, Alter! Oh, wow! Die sind soo biestig! Ich hab' noch nen Raptor! Hey! Wuppen! Und ich hab' ne Krabbe! Auch im Mund? 272 Schaden! Hast du die im Mund in die Krabbe? Ja, natürlich, hatte ich im Mund! Oh! Hat gut geschmeckt! Wie war das Krabbensalat? War okay? Ja, war voll okay! Kann man mit denen unter Wasser eigentlich fliegen? Ja, ich glaub' schon! Okay! Aber die sind jetzt nicht so die besten Schwimmer! Guck dir das mal an! Ne, die sind nicht die besten Schwimmer und auch nicht so die besten Läufer! Die haben echt schnell keines da wieder mehr! Ja, ich bin auch grad weg! Aber der Schaden ist halt übel! Der ist halt echt... Nein! Pass mal, die wollen wir uns versammeln und die Folge beenden! Ich würd' sagen, das war ein erfolgreicher... Oh, das war echt ein erfolgreicher Tag vor allem! Aber auch mega anstrengend! Ja, ist echt krass im Moment! Im Moment ist echt krass! Wir geben alles, aber es ist auch echt... Macht doch riesen Spaß! Ihr rennt alle von mir weg! Aber Leute! Wir wollen euch halt auch was zeigen, ne? Also... Was ist das? Ah, bringst du mir was vorbei! Dankeschön! 361, Alter! So! So, Leute! Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen wird! Ja, wir würden uns sehr über die positive Werte freuen! Also sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder! Ich wünsche euch allen noch einen ganz, ganz schönen Tag! Und tschüss! Macht's gut, Freunde! Tschüss!